Wir haben hier den vermutlich wohl spannendsten Fernseher im Test. Das ist der Panasonic TX-65CZW954. Super Name, aber der kann noch mehr und Computerbild hat ihn schon getestet. Ja, hier der neue Panasonic gehört zur seltenen Spezies der OLED-Fernseher. OLED-Fernseher arbeiten mit einer gänzlich anderen Bildschirmtechnik als LCD- oder LED-Geräte. Und der Vorteil von OLED-Fernsehern ist, die können ein sehr, sehr tiefes Schwarz darstellen, was man hier sehr gut sieht. So ein kräftiges, so ein sattes Schwarz schafft kein LCD-Gerät. Und sie können mehr Farben darstellen, einen erweiterten Farbraum. Das sieht man auch an solchen Naturaufnahmen sehr schön. Das ist nicht nur bunter, sondern einfach lebendiger, echter, natürlicher. Was man beim Fernsehen in dieser Größe schon fast als selbstverständlich sehen kann, erschafft auch ultrahohe Auflösungen, sprich 3840x2061 Bildpunkte statt der Full-HD-Auflösung von 1920x1080. Das heißt also viermal zu viele Pixel und viermal zu viele Details. Und das sieht man jetzt hier auch sehr schön an dem Demo-Video, was ich per USB zuspiele, das eben in dieser Auflösung auch gedreht ist. Außer 4K-Filmen, die man per USB zuspielen kann, gibt es auch um ein wenig 4K-Sender per Satellit. Besser für Filmliebhaber ist dann schon die Auswahl bei Streaming-Diensten, wie zum Beispiel Amazon. Da kommt die entsprechende App per Update später bei dem Fernseher. Und was schon verfügbar ist, das ist Netflix. Da schalte ich jetzt mal um. Da gibt es nämlich auch schon ein paar Serien und wenige Filme in 4K-Auflösung. Und hier sehen wir jetzt die Auswahl an 4K-Serien. Narcos, was ganz Aktuelles, Breaking Bad, kennt man inzwischen vielleicht. Marco Polo auch in 4K verfügbar. Und weiter hinten sind dann noch ein paar Dokus. Und ja, es wird langsam und sicher ausgebaut. Und so sieht dann echt das 4K aus. Und das ist tatsächlich schon heute verfügbar. Und mit solchen Inhalten zeigt der Panasonic schon mal einen Großteil seiner Stärken. Noch besser wird es dann Anfang kommendes Jahres, wenn auch 4K-Filme auf Blu-ray verfügbar sein werden. Und ansonsten, die Ausstattung ist von dem Fernseher mit allem versehen, was man heutzutage erwartet oder was man auch von anderen Panasonic-Modellen kennt. Sprich, Empfangsteile sind jeweils doppelt eingebaut, dass man aufnehmen kann und was anderes sich anschauen kann. Man kann Video-Inhalte auf ein Tablet streamen. Also da ist die Vielfalt sehr, sehr groß. Ein bisschen bizarr ist, dass der Panasonic-Fernseher in den Menüs, ich zeige das mal hier zum Beispiel bei den Apps, aussieht wie Panasonic-Fernseher von 2014. Während die 2015er-Modelle so ein Firefox-Startscreen haben, sieht der hier noch ein bisschen wie gestern aus. Ändert aber funktional nichts. Die Auswahl an Apps ist praktisch genauso groß. Man hat nur nicht den schönen Startscreen, aber ansonsten stört es eigentlich nicht weiter. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight des Panasonic. Das ist nämlich die Rückseite. Die ist wunderschön flauschig mit Alcantara trapeziert und so, dass der Fernseher auch von hinten gut aussieht. Also diese Blende deckt die Anschlüsse und die Kabel ab. Ich kann es mal zeigen, dass das ganze Gestripp schön gebündelt werden kann und dann ordentlich in einem Schlauch unterm Fernseher herausführt. Und ansonsten sieht das halt sehr clean aus. So kann man den frei in den Raum stellen, in seinem Loft zum Beispiel. Und sowas wie ein Loft oder zumindest ein Wohnzimmer mit 50, 80, 100 Quadratmetern werden sich die Kunden wohl auch leisten können, die sich so einen Fernseher leisten, nämlich der kostet schlanke 10.000 Euro. Ja, in puncto Bildqualität gibt es bei dem Panasonic tatsächlich wenig zu kritisieren. Der gehört da zweifellos zu den besten Fernsehern, die man derzeit für Geltung und Worte bekommen kann. Ausstattung auch weitgehend komplett. Die App für Amazon Prime Instant Video fehlt noch. Die soll Anfang Oktober nachgeliefert werden. Und ansonsten muss man sagen, funktioniert einfach sehr, sehr gut das Teil. Einziges Manko bleibt halt der Preis. 10.000 Euro sind ziemlich abgefahren. 10.000 Euro Selbstmanko bleibt. 11.000 Euro. 12.000 Euro.